too much macht hast du aber das schwert muss ich wohl verhalten ich weiß was du machst ey ich glaube wir bringen uns hier nur noch oben ja können nicht entscheiden wer das schwert bekommen weißt du was wir tun es einfach weg ah nee da sind sie lass mir mal meine sachen was willst du okay was hattest du hey ich brauche meine sachen also ich muss noch arbeiten was hattest du alles ja sag an du hattest das hier das du hattest du steine ich glaube die deutschen so oft gehen sonst kommt es hier noch zu aggressionsproblemen nee das waren meine das eisentudel mal wieder drin zuckerrohr war glaube ich so noch mit zuckerrohr und das war's auch so aber was ist das überhaupt hier haben wir so eine scheißbeinahe hattest du ich glaube wir sollen uns nicht so viel prüren kommt nicht so gut gar nicht so und weil niemand will dass diese komischen dinger in der luft fliegen und ich auch keinen bock habe die hier abzubauen das bock über einen scheiß zu reden ja ich glaube es dir das macht es interessanter denk dir was aus ich habe das noch gibt es er will kommen wir hier hin wer jetzt nicht aber ich bin schon mehr kommen das brennt hat ja auch nur mehr gewollt sein krebs sie haben oder was krebs sie ja kommen wir mal dann bleibt man stehen aber die vorgabe immer gleich gebratenes fleisch ja gut die idee so du schwein du kannst entweder nee wir verkaufen kein schwein so und gebratenes fleisch oh man guck mal her du hast dieses ding wir sollten weniger aufhören also wir sollten mal aufhören unsere welt zu griefen du solltest aufhören deine welt zu griefen dann sieht man hier nichts außer abbauen genau was natürlich nötig ist alter ja komm mal hier hin ja ich wollte kurz um komm mal hier bist du hier hinter dir hinter dir hinter dir hier nähe der brennen bäume ja ja wo bist du da ich sehe deinen Namen schon ich sehe dich aber nicht ich bin hier ja soja guck mal da rein da weißt du was wir vorhaben krass fette schlucht und der hier ist ziemlich gefährlich gesetzt das schlucht da unten gesehen ne hatte ich nicht warte kurz der baum sieht hier wie cool aus da will ich drauf ne will ich nicht weißt was jetzt mies wäre wenn die tonqualität total für den arsch wäre von mir das wäre ein bisschen blöd naja machst du nix na so man das ding geht gar nicht mehr klar man achja und elbe berichte doch mal unseren fans was du dir gerade bestellt hast sagen das geht dir nicht da nein spaß nein ich habe mir eine ein hdpvr bestellt falls du nicht wisst was es ist das ist ein aufnahmegerät was man für die ps3 glaube ich auch ne ja und xbox benutzt halt um die videos hochzuladen ja und das werde ich dann halt benutzen ja nicht videos direkt hochzuladen aber videos aufzunehmen ja aufzunehmen sagen wir es mal so ja und deswegen ich werde viele spiele spielen hab vieles hier kommt drauf anhalten was ihr wollt ne auf jeden fall kommt die modern warfare reihe naja da muss mir mb2 wieder neu kaufen na ne übernehme ich schon naja stamm du hast es ich hab's dir eigentlich erklär mal erklär mal was hast du mit dein mb2 gemacht so ich hatte mal so ne idee mb2 zack zack ratzt was denk ich mir dabei komm der nico weiß natürlich bescheid er sagt mir galileo hat gesagt steck mir das mal in den den ofen ey was heißt ofen ne äh mikrowelle so steck mir so ja okay der nico lügt ja oft also kann ich ihm ja nur glauben und ähm dann halt ähm bin ich dann mal so im internet gucken gewesen hab mir irgendeine scheiß videos angekuckt also das erste was ich gefunden hab war natürlich irgendeine hässliche verarsche wo die cd nochmal mit irgendwas äh ich glaub unser Haus ist in die luft gegangen ja wieso ist unser Haus in die luft gegangen äh keine ahnung aber das ich glaub jetzt ich brauch's mal ich werd hart beschossen so halt äh hab ich halt so ein video gesehen das war natürlich dann auch wieder fake und dann hab ich mir dann noch ein video angekuckt und das war dann halt so als würd's richtig aussehen und dann hab ich auch noch mein internet von was weiß ich irgendwelche hässlichen Fragen äh gut netfrage gutefrage.net war so ein scheiß keine ahnung halt da so dann hab ich da halt geguckt und dann stand das da so auf ja was mach ich leg das ding rein so nimm das ding wieder raus gleich in die Mülltonne zwei sekunden mw2 ne mikrowelle kaputt ich dachte nur was geht denn jetzt ab hat das so geknistert ja ich dachte erst die Mikrowelle geht in die Luft ich dachte erst die Mikrowelle geht in die Luft ich dachte erst ich denke mir da so oh ne jetzt bitte nicht ich will nicht ich hab so ein schönes Leben komm jetzt bitte nicht aber nein nein natürlich natürlich geht die CD kaputt mein Lieblingsspiel ja Leute mw2 warum mw2 mw3 spielt halt spielen halt nur Bobos ne spaß ich wollte euch jetzt nicht beleidigen aber mw3 ist einfach nur der größte nervenaufreibende Bullshit so wie Ghosts oh fang nicht mit Ghosts an was hast du mit deinem Ghost gemacht achso ja es hängt hier an der Wand falls ihr es mal falls ihr es mal sehen wollt es hängt mit Haftklemmen an der Wand nicht Haftklemmen mit Kleber ich hab's zack zack Kleber überall dran geklebt hast du da nicht so ne Pins dran gemacht auf dem Bild was sind da nicht so ne Pins auf dem Bild alter Arakel hat die Spawnrate zu hoch gesetzt 4 zu hoch ja klar Ghost Ghost und halt mw3 sind die schlechtesten Spiele die ich mir vorstellen kann kommt mir vor wie ein DayZ Mode ups und und natürlich ok ne eigentlich find ich auch Black Ops 2 nicht gut aber das geht eigentlich ich mag Black Ops 2 höfst nicht ja aber ich find's so halt mittelmäßig alter 1 ey der hat ne die hat ne Eisenspitzack in der Hand was geht denn mit dem ab keine Ahnung das ist ne Schaufel ey Schaufel 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 hat mich ver guckt warte ich helf dir ey hier sind überall diese Grongs alter ja was für Grongs oder oder honks honks keine Ahnung ok warte ich helf dir junger alter zieh dir das mal rein ich muss nur reinschlagen und da sterben 20.000 ja äh wir haben ein kleines Problem hier haben wir erstmal Besuch von irgendwie äh 4 Creepern jaaa super ja sicher klar das Haus geht erstmal halb in die Luft aber nice oh da brennt es noch oh mein Gott alter Junge was ist denn das hier das ist doch nicht mehr normal wir müssen hier alle schließen das geht nicht mehr das ist ja warte klar meine Leute das war aber auch zum Teil meine Schuld aber was rede ich denn da ja genau ist alles Arakel schuld weil er uns so hochgestellt hat ja genau kein Mensch aber ey ich war nicht schuld die Tür hat sich von selbst geöffnet ja genau ich muss geöffnen sonst geht die kaputt und ich hab keinen Bock eine neue zu bauen nein er hat die eingestellt die gehen nicht kaputt ja 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 glaube ich jedenfalls hoffe ich's glaubst auch nur du so äh ein Gott hier ist keiner mann sieht ihr das nicht hey der Silvia Hallo sagen verpiss dich ich kenne dich nicht ah du hast so einen Pfeil hinten drin sitzen er läuft ne warte ich hol ihn dir raus man das hat gut getan ja richtig du hast ja auch damals immer so ein kleines Möhrenkind oh ja so so und wenn ich nicht vor allem rücken tut mich weh an jester bühne der schule die EU und dann hat er zu können du hältst du den schnauze okay um okay ich als letztes wäre die schnauze mit schtauze rutsch Kampfer will und so die so wie kann ich auch kein Feld mehr zu sein Zeit ist auch ein bisschen jetzt war ich gar nicht und deutsch gibt es noch so ich mache mir sein Bett aus schwarzer Wolle Kronenberg er kommt um auf die Tür kaputt geht das wollen wir ja mal sehen lass mal 69 schlafen ja die sind nur zerstörbar wie ein Glück hat bist doch eh nass der die allerkommendigkeit man muss man nicht wollen auch klicken da wurde Kiel Kronenberg die sind hier nicht mehr so zwischen sich auch an weiter ich bin ich unter der Treppe da verrägte ich wahrscheinlich so machen steht so okay Gute Nacht Könnt nicht glauben, dass Tommit in der Nähe sind Der Monster Ja, jetzt ist doch sowieso wieder Tag, oder? Keine Ahnung, ich guck mal raus Warte, ich mach den mal kaputt So, jetzt muss es gehen Sein ist es wieder Tag Ja, jetzt ist es Tag Man hört zu verrecken Okay Nee, ich brauch unbedingt die neue Maus Meine alte Maus ist so der Abfuck Hm, wie wärs, wenn du mal mitbaust? Warte grad Danach gehen wir auch in den Spalt hinein Flachwitz in 3, 2, 1 Okay, kein versauter Bild von Elfe Das ist ungewohnt Ich glaube, du bist krank Ja, ein bisschen Mein Handy, wie brät die ganze Zeit Ich würde mal rangehen Vielleicht ist es ja Du weißt schon wer Nee, aber okay ist nicht dran Hä? Nein, du weißt schon wer Nein, weiß ich nicht Soll ich dir den Chatverlauf schreien Damit es alle wissen Dann weiß es keiner Es ist Ja, meinetwegen Ich weiß es, Mann, damit du glücklich bist Deine Mutter Ja, ich weiß Warum schreibst du sowas nur? Keine Ahnung Ich mach uns mal ein Lagerfeuer Ey, warum geht das nicht? Ey, warum kann ich hier rechte? Du hast keine rechte wie ein schwarzer Wie jetzt? Seit wann habe ich keine rechte? Seitdem du gerade schwarz bist Nee, nicht mehr Ah, ah, das ist ein schlauer Junge Äh, ach, ne Ah, ja, ja Okay, ups Du willst mit mir spielen In mir wird es nicht funktionieren Egal Ah Hallo Ich bin da voll witzig, ey Magst du mich? Äh Okay, du kümmerst dich um den Baum Während ich das Kredit vor mich nehme Komm mir gerade an, was passiert Easy going, das Alter 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 Zieh das mal rein Aber nicht zu tief fallen Ja Zieh das mal rein Ja, ich hab's doch gesehen Ich war doch genau daneben Was passiert, wenn ich da runterfalle? Keine Ahnung Ich mach mal einen Eimer Und dann mach ich Dingsbums Hier so eine Quelle nach da unten Abgefuckter Scheiß Was ist denn jetzt hier los? Keine Ahnung Die hässlichen Fehlermeldung geht weg Hast du eine Fehlermeldung? Keine Ahnung Du sollst keine Pornos runterladen Ja, ich weiß Ja, wieso machst du's dann? Warte, was wollte ich jetzt nochmal machen? Kennst du dich? Achja Äh, ey Schmock, lass mal das Eisen rüberwachsen Schmock Ich hab das Ich hab das schon in die Kiste getan Nein, das so nicht Und dann hab ich's hier So, warte, ich muss grad noch Einmal das Birkenholz hier hinsetzen Na super, es fällt runter Hast du gut gemacht, Birkenholz Oh Mann Ja, hier, Mann Ich will sowieso runtergefallen Drei Stück Zwei, vier, durch Das sollst du Das sollst du Das sollst du Du Sack Nein, Alter Ich glaub, ich sollte Basketball spielen Ist klar Oh Mann Oh Mann, oh Mann, oh Mann Spitzhacke, du Hoh Ach, ich hol mal lieber Birkenholz Ich lass mich jetzt voll regenerieren Und dann spring ich da runter Einfach eiskalt Oh, mach das Oh, hier ist auch Eisen Super, ey Mach mir mal ne Spitzhacke Sonst geht das da weg So, bin jetzt gleich fertig Gib mir einfach ne Spitzhacke Du Sack Ey, ohne Witz Als ich das schon gesehen hab Dass du's rauswerfen wolltest Hab ich schon gedacht Das kann nur da drinnen landen Das kann nun bei seinem Skills Da drinnen landen Ja, ich komm jetzt Ich muss jetzt mal eine machen Was für Skills Das sind Noobs Ja, deswegen willst du ne Spitzhacke von mir Das können nur die Skiller Ja, komm Hier, mach dir doch selber eine